Für die Firma Schäffer Bauwerksabdichtung aus Wohlrode ist nicht das Alter eines Jobsuchenden entscheidend. In unserem Geschäftsbereich kommt es vor allem auf Erfahrung an. Eine Eigenschaft, die gerade ältere Mitarbeiter in hohem Maße mitbringen. Auf seiner Suche nach qualifiziertem Personal wurde er auf Perspektive 50 plus aufmerksam. Ein Programm zur Verbesserung der Beschäftigungschancen älterer Langzeitarbeitsloser. Dies erwies sich für Hubert Hoffmann als Glücksfall. Im Zuge einer Insolvenz hatte er bereits 2004 seinen Job verloren. Ich hatte Glück endlich einen Arbeitgeber zu finden, der die Vorzüge meines Allers zu schätzen weiß. Und das sind nicht nur Zuverlässigkeit, Kompetenz und Erfahrung, sondern vor allem ein hohes Maß an betrieblicher Loyalität. Wir haben nur gute Erfahrungen gemacht. Deswegen planen wir einen weiteren Mitarbeiter über 50 einzustellen. Begleitend will Hartmut Schäffer zudem eine Ausbildungsstelle schaffen, denn er weiß aus eigener Erfahrung genau, nur der Mix macht es. Begleitend will Hartmut Schäffer zudem.